Ey, du hast dir diesen Tag hergerutscht. Teil das doch mit deinen Leuten. Das ist ja nicht schlimm, wenn du sagst, ey, ich find das voll schön, ich find das geil, ich gönne mir das und so. Ich finde das teilweise mit diesen materialistischen Dingen super schwierig, einen Weg zu finden, sich nicht darüber zu identifizieren, es aber trotzdem richtig abzufeiern. Weil, Digga, was soll ich dir sagen? Ich find das halt geil. Ich find halt den Sportwagen fucking geil. Das ist doch nicht schlimm. Schlimm ist doch nur ab dem Zeitpunkt, wo du das Gefühl hast, du bist leer und du bist nichts, wenn du den nicht hast. Das hab ich jetzt nicht so. Ja, das ist doch nicht schlimm. Ja, aber in der Öffentlichkeit kommst du dann so rüber. Ja, aber das sind halt Leute, die... Ja, das ist ein Fisch, Digga, der flex mit seinem Auto rum und so. Da hab ich echt keinen Bock drauf.